mein lieben freunde und seid damit herzlich willkommen hier zu einer folge rainbow six siege wir spielen ranked auf der map villa zusammen mit karty ich sage jetzt gleich mal die namen wie sie in teamspeak stehen right belongs desire und silver argent ihr könnt euch jetzt mal noch persönlich vorstellen wenn ihr das wollt hallo guten tag ihr wisst ja ich hab's nicht so mit den namen vor allem karty weiß es ich habe mich schon so beömmelt innerlich desire ja musste schnell gehen ich hatte jetzt keine ahnung musste sich schon vorbereiten ja keine zeit gehabt hoffen mal dass die aviater und games gehen ich hoffe mal dass die aviater und games gehen sie hört sich an wie oben assiste auch oben echo post Rook, Kev Ähm, Mirror, okay Frost? Ja, Leute, ich kann die Bomber nicht scannen, so jetzt Wird so oft in letzter Zeit Frost gespielt Unglaublich Nein, drinnen ist Leben Ach, schade Warum hab ich eigentlich Turmite? Das hat jetzt wenig Sinn, äh Äh, Kallara ist angehittet, die ist unten gleich im Haupteingang, da Fuck, erschreckt mich nicht so Sorry Ist das kaputt hier? Ja, die ist direkt nach links What? Ich weiß nicht, ob die hoch ist oder ob die hier noch irgendwo umpimmelt Ich mach mal ne Claymore hin Don't play more Bug, kommst du mit hoch? Jo ... Määh, was hör ich die denn so weit weg, ey? Wo sind die? Links Steps Wir haben Flur oben Rechts Steps Ich überdenke, links ist jemand, bin mir aber nicht sicher, naja, keiner war niemand. Wurde entdeckt. Ja, ich auch. Einer ist auf jeden Fall bei B, zwei bei A. Mira jetzt am Schild, direkt an der Tür. Wieder weg. Kev von mir irgendwo. Ja, hier ist irgendwo ein Echo. Ja. Und ne LR, oder? Ne, keine LR. Es war Echo. Kev von mir ist ein Gärchen. Nein, wer war das? Ah, Mira, scheiße. Was? Ja, weil die, ähm, Kev gespottet hatte. Ja, aber... Ach so, er stimmt auch. Ja, dann... Wenn dann so ne Kev ist, dann nicht auf die warten. Weil die wird dich dann holen und dann können wir dir nicht mehr helfen. Dann einfach... ...mit zu uns kommen. Sondern können wir auch... ...verteidigen. Ähm, Mira vielleicht? ...weil ist... ...weil nicht mehr... ...weil nicht mehr... ...weil nicht mehr. Ich versuche das auch... ...oder... ...weil nicht mehr. ...weil nicht mehr. Secure the bombs Meister, hast du deine Meine? Was? Völker mit Was habe ich mit? Die kleinen Shotgun Warte, ja, habe ich mit Wo soll ich was aufmachen? Alter, sorry Da drüber Was hier oben? Fehlt noch eine Wand Oh, da ist ein Drop auf, dann haben wir beide Hä? Da ist nichts zu aufmachen Oben, nein, die Über dem Reinforsten Ach so Hab drei Zerstört Mach dir vielleicht hier einen Rotation Hall Wo? Hier, die Wand Die hier Warte, da pusht einer Hier pusht glaube ich jemand Ich brauche noch schnell so eine Kondome Blitz Er ist einfach mal am Raum vorbeigetischt Da ist noch jemand Da ist noch jemand Geht die Sears hoch Cavera Twitch ist injured Ich, ich hilf dir auch Bei, ähm Am Flur draußen Bei B an der Tür Ja Nicht, 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 nicht töten Wieso töst du denn? Weil ich Pullflash geworden Ich hab den gemessert, es ging aber nicht Vor, vor Arm, Flur, rechts, Rook, rechts Da war ein Tritsch und Dash Mist Oh, MaraRick 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 Turr, ähm MaraRick hab ich Okay Blackbeard Blackbeard Das ist sehr gut Das ist sehr gut Ich hab drei Leute durch dieses Maverick Loch geholt, ey Blut Hehehe Das ist bitter Das ist bitter Jetzt hab ich den Waffen geschlagen Ich mach ich Bahner Hallo Leute Nein, 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 aus dem Weiß Nein, das war blöd, jetzt haben wir nichts zum Aufmachen für Reinforcer Wende. Na, Ash zur Not für Castle Wende. Hatten wir nicht eben noch Iwana? Ja, ich habe aber umgeschwenkt auf Ying, warum auch immer. Da haben wir keine Heart Breach, ooooh. Das sind bestimmt Trophy. Ja, das sind, äh, Trophy. Ja. Ich glaube nur Velcro habe ich gesehen. Ja, Jäger, Velcro. Warum fahre ich denn hier raus aufs Dach, Pibana? Ja. Wimmst du Kavere oder Hibana? Hey, Kavere, hab ich Bana gesagt? Ja. Sorry. Bin heute irgendwie etwas verwirrt. Bei mir wurde ein Fenster angeschlagen. Irgendwo hier klingt es nach Kavera. Wie kann die denn, wenn ich hier auf den Kopf schieße? Ja. Hey, ich hab doch... Nein, Interrogation, Kavera. Scheiße. Aber Kavera dürften... Okay, Kavera hat nur noch Hälfte. Ich soll nur noch ein Viertel. Ach, als ob du... Sehr gut. Warum habe ich jetzt keinen Kill Assist bekommen? Alter! Jungs, ihr könnt nicht jedes Mal zu der... Kavera sterben, das... Das war ein bisschen übertrieben. Wie kann für uns, ja. Das war jedes Mal mit seiner Interrogation. Vielleicht sollten wir mal einen Spotter mit einem... ...Lion oder... ...Doc... ...Doc-Heavy. Ich hab's ja konzentriert. Ich hab's ja konzentriert. Was soll ich Mute nehmen? Ja, wär nicht schlecht. Wenn du irgendwie so spielst für die letzte Runde, dann ja. Es war nur Glück. Oh Gott, das sind wir denn hier. Das letzte Mal bin ich auch durch das Loch gefallen, wo Kavera gerade runtergesprungen ist. Er dachte ich, das wäre nur irgendwie so ne... ...so ne kleine Insel und erst mal 10 Leben. 10 HP verloren. Hup, hup, hup. Ja, das ist aber auch so verlockend. Da will man hier rüber in den anderen Raum und dann geht's noch drunter. Schau, schau! Die Kamera ist aktiv. 5s und zählt. Schau, ne? Willst du noch einen? Warte, warte, warte! Oh, sorry. kassel wie viele wände hast du noch eine und die kommt mal hier hier vorne hier fehlt auch noch eine wände oder kassel geräte kardin kommt mancher bau von dem hausen kopf abgeschlagen kommen durchs bad glaube ich kassel guck mal den hasen an ich habe auch mal den kopf warum habe ich red dort hier neben mir unten habe ich gerade jemand gesehen unten ist jemand und sonst war guck mal bitte nach da konnte der jetzt so der ist bei mir erholt mich um nein ich war geblendet und drück aus von den k weil ich davon wäre jemand dumm kann doch nur ich sein gut prima ach doch mach durch die wand oder so kannst du durch die wand pränlings auch auch dann auch 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 ein auch auch aus auch das auch hat auch du wohnen auch 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 um All friendly Wäre einfacher gewesen wenn ich wusste wo der Diffuser war Ja klar Aber egal, kanns ja nicht So Alter, süß Kann jeder mit der Cav einfach One-Hit landen und wir brauchen den Schüssel bis sie überhaupt einen anderen Hüt haben Diffuser Abion Abion Wir brauchen eine bombe Der Dronen hat eine Bombe befestigt Kev wieder Ich kann keine Traps aufpassen Ja Insertion in 10 Sekunden Wer sind die letzten zwei? 5 Sekunden zur Insertion 2, 3, 4 Lass die immer eine Cavera nehmen, weil die denken sie sich wahrscheinlich auch her, okay Das funktioniert ja Einer von uns ist immer so durchs nicht, Achtung, Spawn Traps, Air Spawn Peaks Tausender Ping 3, 2, 3 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 1, 2, 3 KF hinter uns, hinter uns Wo ist die? Da irgendwo Nein, nein Interrogation Scheiße Nicht alleine gehen Nicht alleine KF hunden gehen Wir waren zu dritt und haben nicht KF gehandelt Jaja Und ich stehe KF ist on ping Fette Echo alter Was? Also der hatte KF im Griff So dann haben wir die Runde leider verloren Ich hoffe trotzdem euch hat's gefallen Wenn ja dann lasst doch einen Daumen nach oben da Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst doch gerne ein Abo da Schaut doch mal bei Kati vorbei Und damit verabschiede ich mich rein Und bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Ja